Sag mal, was findest du in einem Typen richtig gut? Einparken. Wenn einer sich so zurücklehnt und dann... Dann hat er nur eine Hand am Steuer. Und dann... Man sieht nur die Arme. Und aus dem Augenwinkel fixiert er die Parklücke. Aber dabei guckt er dich noch an. Und dann mit einer einzigen fließenden Bewegung parkt er einen. Das find ich sexy. Ja, das versteh ich. Der kann doch gar nicht einparken. Bist du jetzt doch verknallt, oder was? Die Sache vernimmt das sexy! Scheiße! Scheiße! Mann!